Was ist ein gespaltener Fingernagel? Ein gespaltener Fingernagel zeichnet sich im Allgemeinen durch vertikales Spalten am freien Nagelrand oder durch die Trennung der Nagelschichten am Rand aus. Der medizinische Begriff für einen gespaltenen Fingernagel lautet Unichushitia und ist ein allgemeines Nagelproblem, insbesondere für Frauen. Gespaltene Fingernägel sind normalerweise trocken und sprüder und haben manchmal vertikale Rippen. Es wird angenommen, dass die häufigste Ursache der Erkrankung wiederholt und längerer Kontakt mit Wasser besteht. Dies führt zu einer Dehydrierung des Nagels, indem er der natürlichen Feuchtigkeit und den Ölen, die er braucht, um stark und flexibel zu bleiben, beraubt wird. Nur selten sind gebrochene Fingernägel durch Erkrankungen oder Vitaminmangel verursacht. Der Fingernagel, auch Nagelplatte genannt, besteht aus komprimierten Schichten abgestorbener Zellen, genau wie Haare und Haut. Diese Schichten werden durch die Feuchtigkeit und das Öl, die vom Nagelbett freigesetzt werden, die Haut unter der Nagelplatte, zusammengehalten. Wenn etwas diesen Prozess stört, neigt der Nagel zum Splittern? Wenn eine Person altert, trocke das Nagelbett beispielsweise auf natürliche Weise aus, wodurch die Fingernagelkanten häufiger und vorstehender werden und das Risiko, einen gespaltenen Fingernagel zu erleiden, erhöht wird. Kontakt mit Wasser oder bestimmten Chemikalien, auch normale Seife oder das Aceton in einigen Nagelnackentfernern, kann die natürliche Feuchtigkeit des Nagels beeinträchtigen und zu Spaltungen führen. Eine weitere Ursache für gespaltene Fingernägeln ist Nagelpilz, ein Zustand, der die Nagelplatte vom Nagelbett trennen kann und manchmal eine medizinische Behandlung erfordert. Jede Nagelbettverletzung kann auch einen gebrochenen Fingernagel verursachen. Es ist wichtig, dass der gesamte Nagel, nicht nur die Kante, geschützt wird, um gespaltene Fingernägel zu vermeiden, da ein Trauma des Nagelbettes oder der Nagelplatte als gespaltener Fingernagel erscheinen kann, wenn der Nagel herauswächst. Eine gute Fingernagelpflege ist für die Aufrechterhaltung gesunder Nägel und das Vermeiden gespaltener Fingernägel sowie anderer Nagelprobleme unerlässlich. Die empfohlene Pflege umfasst das Trockenhalten der Nägel durch Verwendung von Gummihandschuhen beim Abwasch und anderer Reinigungsarten sowie das Auftragen von Feuchtigkeitscremes wie Handlotion oder Nagelhautöl auf die Nägel. Andere empfohlene Maßnahmen zur Verhinderung von gespaltenen Fingernägeln umfassen die Begrenzung der Maniküre, das Halten der Nägel kurz und die Minimierung des Einsatzes von Nagelnack-Entfernern, insbesondere von solchen, die Aceton enthalten. Nagellack-Entferner können für Nägel schädlich sein, aber Nagellack kann dazu beitragen, sie zu verstärken und kann zur Reparatur eines bereits gespaltenen Fingernagels verwendet werden. Neben diesen und anderen Formen der externen Nagelpflege gibt es einige Hinweise, dass die Einnahme von Biotin, einem Vitamin-B-Komplex, die Fingernägel stärken und das Spalten verhindern kann.